Dein Haus Dein Grundwissen ist mal wieder voll für die Katze Dein Grund Dein Grund barbarem Wissen Ich glaube das geht nach hinten los, wenn wir das machen Ja, Testloser Ich glaube das wird gleich irgendjemanden sehr weit durch die Gegend schleudern hier Das wärs Folgt, ich bin zuerst einmal gestorben, woran? Der Baum hat mich durch die Gegend geflankt und ich bin gestorben Würde ich, würde ich lachen Ich habe das Gefühl, mein Typ ist eine übelste Fressmaschine Müsste nicht noch ein Fünfter irgendwo sein Ach da, genau Und dann können wir gleich mal das hier fertig machen Super, sieht da gar nicht schlecht aus Wir haben hier wirklich eine sehr große Base, Wolke Wahrscheinlich so das billigste Shelter und das billigste Feuer hingeklatscht Na klar Und dann eine Wand davor Weil ich bis zu denke, eine Seite reicht Hier war doch das E Ihr habt das doch genauso gesehen wie ich Hier war doch E, ihr könnt doch nach E drücken Wieso geht das jetzt? Hä, ich kraft das nicht Geht das nur, wenn das HOD an ist oder was? E, okay, jetzt wird es gehen Wenn ich das jetzt ausmache Ah, okay, hier müssen wir uns hinstellen Das ist interessant, gut, dann merke ich mir das Ähm Klack Ach, schon wieder Schon wieder das selbe Problem Äh, mir fällt auch grad auf Hier sind mega viele von diesen toten Bäumen In meiner Gegend Oh, ein Hinweis, ein Hinweis Doch, du stirbst da dran So, lalalalala Das war jetzt dann gleich wieder Tag wird Oder wollen wir das auch so survival day mäßig aufbauen Dass ein Tag, äh Ein, ein richtiger Tag ist Ein Tag eine Folge Was ist denn? Eigentlich egal, je nachdem was Was für das Aufnahmepensum jetzt am besten ist Ja, muss mal schauen wie lang so ein Tag ist Dann kann man das, kann ich das beurteilen Ja, für dein Aufnahmepensum, naja Also Für mich ist das ja kein Problem Aber für dich Wollen wir mal vorstellen hier Ich, ich habe am Tag hier Pro Tag nehme ich hier 2-3 Stunden Let's Play auf, ne Und es ist für mich kein Problem, dieses Let's Play zu gestalten Es liegt einfach nur am Wolke Ja, es ist traurig Traurig, hörst du? Traurig Sorry, Leute Tut mir leid Schäme dich Geh zu den Barbaren und lass dich von ihnen töten Das sage ich jetzt auch nicht, um das Spiel zu gewinnen Nein, das sage ich jetzt nur damit, weil Ist traurig Hm Ja nie, ist klar, aber Bam Okay Okay Ihr seht, liebe Freunde, wir haben Schon ein bisschen was geschafft Wir haben unser erstes Feuer aufgeschlagen Unser Zelt steht Wir haben Eine Bank Und eine Wand Kannst du schon so weit sein? Das ist das Da Tita Ja Also alle Zuschauer an meinem Display sehen auch, dass ich hier gerade, ähm So ein Hack-Mode anhabe, einfach nur Der nennt sich, ähm Skill Skill-Mode Das gibt's gar nicht Wurde mir empfohlen von, ähm Keine Ahnung In welcher habe ich die Barbaren versklaft und die helfen mir jetzt gerade So, jetzt geht es natürlich nicht mehr so, wie wir das gerade gemacht haben, dass wir es mal jetzt hier lang laufen Das ist super Gefällt mir So Jetzt gucken wir mal, ob wir das Ding aufkriegen ohne HUD War ja hier Das war doch hier Ich versteh's nicht Das war doch hier H.O.D. E. Los Mach Eigentlich ist das Spiel, ne Ich Ich scheine jetzt immer das H.O.D. an, um das zu machen Danach kann ich's aus Was du da immer genau vor hast Ich habe eine Hasenfalle Und diese Hasenfalle muss ich aktivieren Das funktioniert aber nicht, wenn das H.O.D. nicht an ist Du musst halt die ganze Zeit rumrennen und eh drücken Das habe ich schon gemacht, bestimmt gerade 200 Mal Aber das klappt nicht Was falsch Ich werde dich alle töten Was? Ähm, wir können mal ganz kurz, Moment Mit Ach man Das habe ich nicht geplant gehabt Tut mir leid Ähm, so habe ich das geplant gehabt Und dann noch das BAM Genau Das ist super Jetzt fehlt uns da noch eins Oder Ja, genau Und hier kann man eventuell mal Klack, 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 klack Okay Das sieht ja ganz gut aus Bei uns hier Und wie läuft's bei dir, Wolke? Es halt Gerade eben Ich bin ganz schelmisch gefragt Einfach mal Ich glaube ich habe hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ganz ganz cool Aber gut Das wird sich später zeigen So Dann können wir jetzt langsam mal anfangen hier rings um unsere Base zu erkunden, ob wir vielleicht noch ein paar coole Spots haben Natürlich in dem Maße, dass wir die Base auch sehen noch, weil dann kann Wolke nicht in der Nähe sein, rein theoretisch So lange wir so Wollte ich eigentlich nicht So, hier Hier Also ich finde mein Spot cool, ich hätte auch gerne ein Single-Player Display gebaut Ich glaube sogar, ich weiß, wo ich bin Ungefähr Schön für dich, Herr Pyr Oh, es wird Nacht Ja, komm schon Ich habe mich hier irgendwie aufgehangen Es wird Nacht Sollte wir es nach Tagen machen, wäre dann, dass jetzt der zweite Tag da vorüber ist Ah Super Stimmt, das wird mir ja nicht mehr angezeigt, ich muss selber gucken Das ist ein Und es fängt an mit regnen, das heißt wir müssen die Nacht auf jeden Fall zu Hause verbringen, sonst ähm Aber so viel Zeit ist ja auch nicht mehr, es ist ja schon kurz vor eins, ne? Jaja Ich werde gerade mal so aufquellen, von daher würde es vom Aufnahmepinsel vielleicht sogar perfekt passen Wir hätten jetzt, wir hätten jetzt eine zwei Tage rum Also für dieses Wochenende wäre gesorgt Stopp, Moment, nehme ich mal noch mit Ach, geht nicht So Gut, wir hätten jetzt das, dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt auch machen Und zwar Ähä 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 Gut Dann müssen wir das, glaube ich, von außen machen So Klack Ich glaube, ich habe da gerade einen Barbaren rumran sehen Wenn mich nicht alles täuscht Am Ende war's ich Das wäre jetzt Wenn du gerade durch den Wald gerannt bist, dann Das wäre jetzt der Mega-Fig Irgendwas ist da gerade durch den Wald gejoggt Ich weiß nicht was Irgendwas ist da gerade durch den Wald gejoggt Ich weiß nicht was Genau Was haben wir hier noch so Wir haben noch das Und das Und das haben wir noch nicht Ach so, das haben wir noch nicht Okay Dann geht das noch nicht Schade Äh, geht zurück Wir können uns doch sicher Ne, so war das nicht War das so? Ah, das waren die beiden Okay So So Klack Und Klack Oh, da haben wir ganz schön viel gesammelt schon, ne? Nicht schlecht Herr Specht Wir können uns auch mal den hier machen Das geht ja nicht, da fehlt uns noch was Ähm Dann würde ich sagen, machen wir uns davon noch ein bisschen was Denn wir müssen uns ja vorbereiten, dass der Wolke bald kommt Deswegen Ist hier Es ist glaube ich so genau Es ist so Weißt du, du bist hier so mit deinem Ja, ich hab gerade meine Base angefangen zu bauen Und ich hier schon Voll ausgerüstet Und schon bereit für den Krieg Ist toll, oder Wolke? Ja Wunderbar Siehste, das fehlt uns eigentlich noch Der müsste doch eigentlich irgendwo liegen Habe ich den nicht hierhergelegt Der müsste doch Den habe ich doch mitgenommen Wir haben zuerst das hier gebaut, gell? Aber ich bin jetzt gespannt, ob der noch hier liegt Weil eigentlich Ich hätte es Ich verpatze das immer total Dass der den Schildkrötenpanzer loslässt Der noch hier ist Wo, glaube ich irgendwo auf dem Weg verloren habe Ich glaube, da habe ich irgendwo auf dem Weg verloren Na gut Akzeptieren wir einfach mal so Ja, was Ich versuche es gerade schon wieder mit E Äh, wenn ich während ich hier so Aber irgendwie Ist das schon gewesen gerade Auch ein Reh Auch ein Reh Ich könnte das Reh jetzt hier erschlagen Aber lass ich mal Aber scheiß drauf Viel genug Ich frage mich halt gerade Was wir jetzt am besten Ich glaube, es ist das sinnvollste Wenn wir mal Auf die Suche nach einer Schildkröte gehen Wie kommt der Meinster Ja Hält dich persönlich für totalen Quatsch auch so ich hätte auch eine ziemlich dumme Idee bei Nacht das zu tun, aber was bleibt mir anderes übrig? Tag suchen ne das halte ich für Quatsch aber gut wenn du jetzt in die Bahn kommst mein Problem los die die Schildkröte suchen ich spiele gerade sehr riskant, aber es ist ja gewisserweise sag man mal ein kleines auch notwendig ein kleines Bonny für dich, weil du vorhin so lange gebraucht hast, bis du die Basis gefunden hast hier ist ein kleiner Ausgleich für dich, sag man mal so das heißt so lange gebraucht die Basis zu finden an sich, hatte ich meine Basis schon gefunden boah du warst nicht der einzige, der die gefunden hat sagen wir so ja und das was dazu notwendig war, konnte ich halt auch nicht bauen ich bin gerade sehr still, die Leute sehen, merken, hören das sicher ach nö ich habe jetzt auch keinen Bock da runter zu gehen ach das ist dein Ernst oder? ja dein Ernst ja ich dachte gerade, was leuchten hier so leuchten durch den Wald das andere rechts Junge, das andere rechts ich bin nach rechts gerannt und dann nein, nach rechts bin ich, du hast ja gesagt, du gehst nach links nein, das meine ich ja, ich bin in die entgegengesetzte Richtung gerannt und dann habe ich mich aber verlaufen und dabei bin ich wahrscheinlich genau in deine Richtung und warum hast du jetzt keine Brille mehr auf? ja, das, das na ja ich habe gerade schon gedacht, da hinten ist Barbar oder so, deswegen bin ich nicht weitergelaufen gerade ja oh man, man, man oh 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 ja, gut ich würde sagen, da können wir uns jetzt gleich mal irgendwas Neues überlegen eine neue Challenge ich mache mal das H und D wieder an Hallo Wolke ja, weiß nicht, hast du meine Base-Hits hier schon gesehen? ich habe gesehen, wo du standest, ja und meine ist in der Nähe du hast gesehen, wo ich stande? du standest da hinten irgendwo, ich habe dich schon mal wahr gehalten du hast da irgendwas gemacht gerade, ich dachte, deswegen bin ich gerade hier zurückgelaufen und dachte mir, ja ist vielleicht doch nicht so gut, die Schildgründe zu suchen ja, ich kann dir aber meine zeigen, dann guck mal was bei deinen und meiner an und guck mal wer die bessere hatte komm ja, warte, warte, warte ähm und zwar ist mein Besuch jetzt schon da, ich habe keine Ahnung, warum die jetzt schon da ist aber sie ist da das heißt, ich muss los und ich würde sagen, wir machen das jetzt special wir bleiben einfach hier am Feuer stehen, verabschieden uns hier wir müssen aber speichern wir müssen zu einer Base schnell komm mit ja, dann komme ich fix mit zu deiner Base ok weil ich habe noch keine Hütte echt jetzt? äh und ich kann nicht rennen du kannst nicht rennen du kannst nicht rennen super, hast du Soda vielleicht dabei noch? ich habe gar nichts ach so, ich habe ein vollkommen volles Inventar ich hatte schon Molotows und äh drei Äxter habe ich schon und naja ich war gerade dabei auf dem Weg zur Schildkröte und dann wollte ich in die Höhle und wollte mir Bomben bauen das hat sich glaube ich alle übrigt du siehst mich ja wo ich bin ich laufe mal schnell vor also wir waren wirklich recht nah beieinander gekämpft und wenn der Volk jetzt sieht was ich in der Zeit gebaut habe und was er gebaut hat dann wird er gleich äh glaube ich tot umfallen so wo füß einfach meiner Schrift folgen oh ich sehs ich sehs sicher ja so kurz zum Lagerfeuer aufwärmen siehst du schon die ersten Blueprints? ja ja ne das sieht ja nicht schlecht aus ja du siehst du das Blueprint ne ich seh auch schon so ein bisschen den Wald also das ist wacht auf den ersten Blick schon mal guten Eindruck ne du kannst ja mal reingehen pass auf dass du nicht in Feuer rennst da sind sehr viele Feuer drinne ich speicher schon mal ja wo ist denn dein Speicherpoint? hier drinne komm durch die Tür durch die ist hier hier äh ja hier komm her ja pass auf dass du nicht in irgendwelche Feuer rein rennst und da hinten sind schon die ersten drei Hasen und ja also du siehst ich bin hier schon gut ausgerüstet klar ja ähm nächste Folge zeig dir dann mal meine Base also ist nicht schlecht ne ja doch hast du schon äh was erreicht na gut okay ich muss jetzt muss jetzt wirklich los machen ja das ist klar okay dann sehen wir uns beim nächsten Mal bitte meine Zuschauer und mal schauen wie ich es schneide ob ich es tageweise mache oder ob ich es vielleicht halb tageweise mache ich weiß es nicht bis dahin adios und ich wünsche dir viel Spaß da ist gerade ein Vogel durch mein Feuer geflogen na dann tschau